Herzlich Willkommen Leute zu einem weiteren kleinen Abends Video hier auf meinem Kanal. Ich arbeite in dieser zweiteiligen Serie zusammen mit Nintendo, wie ihr unten längst sehen könnt, an einem kleinen Guide für Anfänger bis hin zu Fortgeschrittenen. Es ist so ein klein bisschen wieder wie die Videos, wie fange ich mit XY an und in diesem Fall geht es um das Spiel ARMS für die Nintendo Switch. ARMS ist ja das Vorzeigekampfspiel auf der Nintendo Switch, was ja relativ nah am Release dran war und das wollen wir uns jetzt einmal anschauen, denn ARMS unterscheidet sich doch schon sehr von anderen Genre-Ablegern. Übrigens kleiner Funfact nebenbei, ARMS wird auf der Evo Japan 2018 ein Main-Titel sein. Die Evo, also die Evolution sind ja oder ist ja das Main-Event für Kampfspiele und in Japan hat ARMS momentan so einen Stellenwert, dass es dort als Main-Game gespielt wird. Das heißt Anfang 2018 kann man sich dann auch richtig auf ein Pro-Tournament in ARMS freuen und da bin ich mal sehr gespannt, wie sich das Ganze bis dato so entwickelt hat, denn eine Meta, vor allem am Anfang des Spiels, ändert sich dann doch schon ziemlich häufig. Fortgeschrittene Spieler oder Großmeister werden jetzt vielleicht in diesem Teil noch nicht wirklich was dazu lernen. Wahrscheinlich haben sie sich auch selbst schon Strategien zurechtgelegt, mit denen sie sehr gut fahren und brauchen dann auch vielleicht nicht die nötigen Strategien und Tipps, um weiterzukommen. Aber vielleicht gibt es noch die eine oder andere Kleinigkeit, um ein bisschen was zu sehen oder zu lernen, was sie vielleicht noch gar nicht wussten. Ich würde mich, bevor wir anfangen, auch noch sehr über eure Unterstützung freuen, sofern euch die ganzen Sachen hier auch gefallen. Also schaut es euch erstmal in Ruhe an. Das widerspricht sich zwar in diesem Moment ein bisschen, aber ihr wisst, was ich meine, denn ich freue mich sehr, hier mit Nintendo zusammenarbeiten zu können und wenn euch das Ganze gefällt, dann würde ich mich halt sehr über euren Support freuen. So, jetzt aber zu Teil 1 dieser zweiteiligen Serie zu ARMS. Wir fangen an. Was ist ARMS? Was unterscheidet ARMS von anderen Kampfspielen? ARMS ist ein dreidimensionales Kampfspiel aus der Third-Person-Perspektive. Das heißt, wir haben nicht dieses typische Left-to-Right-Battle. Selbst im zweidimensionalen Raum, wo man in die dritte Dimension ausweichen kann, spielt man hier im Third-Person-Bereich. Das heißt, man hat sowieso erstmal eine ganz andere Perspektive und es unterscheidet sich hauptsächlich in der Hinsicht, dass wir mit ARMS ein Poke-Game haben. So ein bisschen was wie so ein Boxkampf und nicht das Kombobasierte Spiel, wie wir es im Normalfall in diesem Genre kennen. Man fängt nicht irgendwie sein Kombo mit einem Jump-In an oder mit einem Grab oder sonstiges und haut dann seine Kombi durch, sondern man versucht mit einzelnen Schlägen oder One-Two-Kombinationen seinen Gegner runterzuhauen. Das ist schon mal so ein wesentlicher Bestandteil, der ARMS von anderen Spielen unterscheidet. Es ist ein eher taktisches Vorgehen mit leichten Postes, also so immer leichten Schlag abtauschen und nicht, ich habe es jetzt geschafft, in einen Kombostarter zu starten, versuche ihm jetzt direkt 50% Leben abzuziehen. Und wenn mir das zweimal gelingt, dann sind wir eigentlich schon mal eine Runde sicher. Bei ARMS ist es so, der Kampf kann bis zum Ende spannend bleiben. Du kannst den Gegner ca. 15 Mal treffen müssen, kannst 14 Schläge vorne legen und dann kann sich alles noch wenden. Und dazu schauen wir uns später auch noch mal ein paar Beispiele an. Wir können in der Zeit mal ganz kurz, vielleicht ist das auch für den einen oder anderen von euch hilfreich, in den Trainingsmodus gehen. Es gibt einen offiziellen Trainingsmodus, den könnte man zum Beispiel im Versus-Modus angehen. Dann kann man in die Grundlagen gehen, wählt sich seinen Charakter aus und schaut sich die Steuerung an, dazu kommen wir gleich auch noch, kann unterschiedliche Schlag-Challenges machen, man kann das Blocken üben, ausweichen, wie man Grabs dodged oder sie denied, wie man seine Ulti zündet, in welchem Moment es am besten wäre, wann es besser ist, in die Luft zu gehen oder wann man lieber Ground-Base spielen sollte. Es gibt Konterstrategien wie zum Beispiel Anti-Erst- oder Anti-Grab-Techniken, was wir halt gerade auch hier bestimmt alles noch lernen würden, wenn wir Ausweichmanöver und so weiter üben. Das ist eine Möglichkeit zu trainieren. Eine andere Möglichkeit zu trainieren ist, zum Beispiel ein lokales Match zu starten, ein Standard-Game erstellen, Lobby mit Code, ist mir in der Hinsicht erstmal egal. 1, 2, 3, 1, 2, 3 reicht. Und während ich jetzt hier auf Gegner warte, kann ich Aufwärmen drücken und komme selbst in einen kleinen Trainingsmodus, in dem ich sozusagen frei gegen die Dummies von Abends trainieren kann. Das ist ziemlich praktisch und hier läuft mir dann auch keine Zeit ab. Es wird auch keiner in die Lobby kommen, weil gerade keiner in der Nähe ist, der meinen Zugangscode hat. Und ich kann hier ein bisschen frei rumlaufen. Hier kommen wir dann auch direkt zu diesem Punkt, wie wird gespielt? Es gibt nämlich erstmal zwei unterschiedliche Steuereinheiten. Entweder man spielt mit einem Controller oder mit den Joy-Cons. Ich habe euch hier mal den Pro-Controller eingeblendet, oben links. Und unten rechts die Nintendo Switch Joy-Cons. Diesmal ist die Arms-Edition, also in gelb. Deswegen gehe ich mal hier kurz zur Seite, damit man die jetzt kontrastmäßig nicht mit dem Ring so gut verschmelzen sieht. Aber man sieht die ja schon gut, haben ja einen schwarzen Rand. Das ist sogar ein wesentlicher Faktor, mit was man spielt. Denn mit dem Controller spielt man, wie man es gewohnt ist, ein normales Controller-based Game. Man hat die Angriffstasten auf hinten rechts und hinten links, also R2 und L2 in dem Fall. Auf der Nintendo Switch ist es ZL und ZR. Und blockt, indem man den linken Stick reindrückt. Man springt auf X und weicht auf Y aus. So habt ihr ja oben links auch nochmal die Anzeige. Man hat die Arme natürlich auch auf B und A. Ich habe es mir nur irgendwie angewöhnt, ZL und ZR zu drücken, damit mein Daumen immer auf Y und X sein kann. Und ich dann mit den Zeigefingern die Arme benutze. Und nicht zwischen zum Beispiel Spring, Ausweichen und Schlagen mit dem selben Daumen, mit dem selben Finger hin und her wechseln muss. Man kann seine Arme steuern, indem man den linken Stick beim Schlagen benutzt. Also ich nehme zum Beispiel jemand kurz den linken Arm. Ich versuche ein Ziel, was weit weg ist, damit man es sieht. Und steuere dann den Arm einmal weg, damit man sieht, dass ich den Arm selber bewege. So, jetzt haben wir ein Problem mit dem Controller. Und da kommt dann gleich der Joy-Con ins Spiel. Ich kann den linken Arm wunderbar kontrollieren. Mein rechten Arm kann ich einzeln auch wunderbar kontrollieren. Das funktioniert bei dem Chakra noch nicht so gut, weil der nur den Radius ändert. Also ich könnte den die Drehung weit ausholen lassen oder relativ close. Also das ist schwer zu erkennen, weil ich dafür das Chakram benutzt habe. Ich kann aber nicht zum Beispiel beide hintereinander schlagen und unterschiedlich justieren lassen. Die drehen beide nach links ab. Ihr habt es jetzt gesehen. Wenn ich die hintereinander schlage, drehen beide nach links. Ich kann den anderen Arm nicht zum Beispiel nach rechts ausweichen lassen. Da würde der Vorteil der Joy-Cons ins Spiel kommen. Denn jeder Joy-Con steuert ein Arm. Und das ist ziemlich praktisch. Man muss zum Blocken natürlich die Position der Joy-Cons ändern. Denn mit den Joy-Cons hat man Bewegungssteuerung. Man packt den Joy-Con in die Hand und steuert so den linken oder den rechten Arm. Das Feeling muss man sich antrainieren, um damit gut zurecht zu kommen. Aber es funktioniert. Wenn man es dann irgendwann diese Hürde geschafft hat, macht es unglaublich viel Spaß, mit den Joy-Cons zu spielen. Natürlich ist es auch ein bisschen umständlicher. Das muss man halt schon sagen. Schlagen zum Beispiel ist, den Arm nach vorne zu strecken, den linken oder den rechten. Dann kann man die Controller bzw. die Fäuste dann neigen. Und so dreht man beide Arme unterschiedlich voneinander. Da könnte man den Crossover Punch, den kann ich euch später einmal gerne demonstrieren, vielleicht im fortgeschrittenen Video, vollführen, das mit dem Controller zum Beispiel nicht möglich ist. Dafür, wie gesagt, mit dem Controller, schön chillig, im Sitzen am Schreibtisch, wunderbar möglich. Mit dem Joy-Con braucht man ein bisschen mehr Platz und muss sich auch ein bisschen mehr bewegen. Es sind zwei unterschiedliche Arten zu spielen. Beide nicht unbedingt unwichtig, also das irgendwie zu erläutern, dass es da Unterschiede gibt, aber vielleicht wusste das der ein oder andere nicht. Denn die Leute, die die Switch halt so gekauft haben und nicht wussten, dass der Pro Controller mit abends auch funktioniert, wussten vielleicht nicht, dass es noch eine Alternative gibt. Das wollte ich damit sagen. Auf jeden Fall, da gibt es die Möglichkeit, unterschiedlich zu spielen. Als nächstes würde ich eigentlich noch gerne auf die Modi eingehen in Part 1 und ich möchte noch auf die Charakter eingehen. Denn das mit den Charaktern ist für den zweiten Part, der ein bisschen weiter in Fortgeschrittenen, wo es halt auch richtig mal anfängt, auf Technik zu gehen, eigentlich ganz wichtig ist. Deswegen gehen wir einmal hier raus. Den Trainingsmodus habe ich euch ja schon gezeigt. Das ist ja eine Art des Spielmodi, also eine Auswahl. Aber vielleicht kannte der eine oder andere den, in Anführungsstrichen, versteckten Trainingsmodus noch nicht. Ich mag den eigentlich sehr gerne. Man kann die Story durchspielen. Das ist so ein bisschen der Arcade-Mode mit Storytelling. Man hat den Versus-Modus. Da kann man selber noch einstellen, wie man dann spielen möchte. Und da sieht man dann auch die Möglichkeiten. Man hat einen Kampf. Den kann man entweder als Solo, 1 gegen 1, 2 gegen 2, Triple Threat, also 1 gegen 1 gegen 1 oder 1 gegen 1 gegen 1 gegen 1 spielen. Genauso wie halt der Teamkampf ist halt ein 2-on-2, also 2 gegen 2. Es gibt noch Volleyball. Das hattet ihr in meinem Global Test Punch Video schon gesehen. Auch hier 1 gegen 1 oder 2 gegen 2 möglich. Ziel des Spiels ist es, den Ball auf den Boden des gegnerischen Teams zu hauen. Basketball, wo man so ein klein bisschen auch das Packen üben kann. Ich finde der Basketball-Spielmodus im Vergleich zum Volleyball ist noch ein gutes Trainingsding. Denn hier bekommt man Punkte dafür, wenn man den Gegner erfolgreich gepackt hat. Wenn man den Gegner packt, packt man den mit einer Animation automatisch in den Korb und bekommt dafür Punkte. So übt man A, das Ausweichen, das Kontern des Packens und übt auch so ein bisschen seine eigene Technik, wie man den Gegner am besten greifen kann. Ist also meiner Meinung nach ein sehr wichtiger Spielmodi. In Schwarze ist ein Punktekampf. Spieler stehen sich gegenüber, 1 gegen 1, 2 gegen 2 und machen Zielscheiben kaputt. Die selben Zielscheiben. Wer so schneller ist, macht da mehr Punkte. Man kann den Gegner aber auch stunn oder packen, um ihn kurzzeitig aus dem Spiel zu nehmen, um Punkte zu sammeln. Und der 100-Kampf, das ist für einen alleine. Man spielt so ein bisschen so einen Survival-Modus. Wie viele Gegner am Stück schafft man, bevor man down geht. Man kriegt natürlich immer noch so Power-Ups, die ja ein bisschen helfen. Und dann noch neu dazugekommen, oder ich glaube, ich weiß nicht, da möchte ich mich jetzt gar nicht weiter aus dem Fenster legen, aber mittlerweile das Headlock-Handgemenge. Headlock ist die Maske da oben, die einem zusätzliche Arme gibt, wo man unter anderem auch im Koop mal gegenspielt. Also man spielt zum Beispiel mit zwei, ich glaube sogar mit drei Leuten, gegen Headlock. Das ist dann vom NPC gesteuert. Das ist ein bisschen schwieriger. Aber Headlock-Handgemenge kann man, glaube ich, jetzt auch gegen Spieler spielen als Headlock. Das heißt, diese Maske droppt, die ihr auf dem Bild oben rechts seht. Und dann werdet ihr zu einem Art Miniboss und müsst die anderen Spieler besiegen. Und derjenige, der die Maske als erstes aufhebt, wird zu Headlock. Wenn er zu Boden geworfen wird, verliert er die Maske und so weiter und so fort. Also, um das mal zu kategorisieren. Meiner Meinung nach ein Competitive-Spiel-Modi. Sind es ja irgendwo alle. Aber ich kategorisiere kurz unter Competitive und Fun. Volleyball-Fun-Modus. Basketball. Schon wichtig, meiner Meinung nach, fürs Training. In schwarze Fun-Modus. Oder um auch die Arme zu testen. Also, alles hat irgendwo auch seinen Mehrwert. Der 100-Kampf, um seine Technik zu verbessern. Und Headlock-Handgemenge ist halt ein schönes Fun-Ding. Also, ist eine schöne Änderung. Dazu hat man dann auch die Möglichkeit, in den Abends-Test zu gehen. Erziele mit zufälligen gewählten Abends eine Siegesserie. Da spielt man dann mal alle Abends so durch. Und kann sich vielleicht sogar mit neuen Anfreunden, die man sonst gar nicht erst angegangen hätte. und die Grundlagen, die ich euch ganz am Anfang gezeigt hatte, wo man gezielte Missionen einmal angehen kann. So. Der erste Part, also dieses erste Info-Ding, wäre in dem Fall zwar schon zu Ende. Ich möchte aber unbedingt in diesem Part noch auf die Charakter eingehen, weil es im nächsten Part noch Sinn macht. Um sich die Charakter einmal genau anzuschauen, kann man unten auf den Hilfe-Knopf drücken und bekommt dann so ein In-Game-Tutorial oder FAQ. Und dort kann man auf die Kämpfer drücken. Und dann bekommt man alle Chars einmal aufgezeigt, plus ihre Besonderheiten. Denn Charakterauswahl ist einfach ein sehr wichtiges Ding. Entweder gibt es die Spieler, die ihren Charakter auswählen, nach Fakten und Infos, die es bereits gibt. Also welche Charakter sind gut, welche sind Meta und welche sind eher schwächer, die man dann vielleicht meiden sollte. Ich würde aber erst mal empfehlen, einen Charakter zu nehmen, der spielerisch zu einem passt. Denn in Arms hat man die Möglichkeit, sehr offensiv zu spielen, Rushdown-Charakter. Man spielt einen Defense-Counter-Charakter oder man spielt einen Allrounder-Contra-Charakter. Also es gibt unterschiedliche Kampftypen und Stile, die vielleicht nicht auf jeden Spieler passen. Und dann könnte es zum Beispiel sein, dass ein Top-Dig-Charakter in Rushdown ist, aber man doch lieber defensiv spielen wollen würde und dann sich doch anders entscheidet. Deswegen würde ich sagen, schaut euch mal die Fähigkeiten der Charakter an, das machen wir jetzt auch noch und entscheidet dann erst mal, welchen Char würdet ihr spielen. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr jetzt in die Kommentare schreiben würdet, welchen Char ihr spielen würdet. Ich würde dann mal schauen, was so am meisten genannt wurde. Und dann im nächsten Video, wo wir dann auf die Techniken und Tipps und Tricks eingehen, schauen wir uns das Ganze dann mal an, was für jeden Charakter am besten wäre. Nehmen wir zum Beispiel den Spring Man. Der hat als erste Fähigkeit, wenn seine Gesundheit low ist, also wenn er auf 25% droppt, dann sind seine Arme ständig aufgeladen und haben immer diese besondere Ability und sind halt stärker. Und unterbricht er seine Aufladung, zum Beispiel mit einem Sidestep, dann gibt es eine Schockwelle und diese wehrt dann gegnerische Angriffe ab. Passiert in beiden Sachen dann aber erst mal, wenn er low ist, außer man lädt seine Arme manuell auf. Kategorisiere ich hier erst mal als Rushdown, Slash oder Rounder, weil es ist abhängig davon, welche Arme er nimmt. Als nächstes hätten wir Ribbon Girl. Hier ist übrigens noch was zu Stage, aber die Stage und die Besonderheiten kommen auch im nächsten Video. Ribbon Girl kann mehrmals in der Luft springen. Ist also ein Airborne-Character. Und Airborne hat man ein paar Vorteile, aber genauso hat man auch ein paar harte Nachteile in der Luft. Mit dem Mehrversprung kann man da aber sehr gut gegenwirken und gute Mindgames starten. Und den Gegner auch mal da so ein bisschen zu locken, Anti-Ass zu machen und diese dann auszuweichen. Sprintet Ribbon Girl weiter, während sie sich in der Luft befindet, kann sie aus dem Sprung heraus angreifen. Okay, das ist natürlich klar. Also sie hat den Sidestep, also sie hat die Möglichkeit, in der Luft zu sidestepen und dann nochmal zu attacken. Das ist so, du kommst schnell auf den Boden und kannst direkt angreifen, diese Möglichkeit und natürlich ihre Stage dazu. Ribbon Girl auf jeden Fall Rushdown. Ninjara, ja, der schläuchende Schatten. Ninjara kann sich teleportieren, indem er im Sprung sprintet. Das heißt, du springst und dashst dann zur Seite, links oder rechts und bist dann unsichtbar und plopst an einer neuen Stelle wieder auf. Gibt dir super Möglichkeiten, den Gegner für kurzzeitig, nur, dass der Gegner dich aus den Augen verliert, reicht ja schon. Selbst wenn die Kamera dein Charakter fokussen würde, kannst du, wenn du zum Beispiel nach rechts gehst, springst und dashst nach links, den Gegner schon, auch wenn es nur eine 10 Sekunde ist, gut flashen. Also, es ist eine sehr schöne Fähigkeit. Dasselbe funktioniert beim Blocken. Wenn Ninjara einen Angriff blockt, kann er sich ebenfalls zur Seite teleportieren beziehungsweise teleportiert sich. Ähm, fantastisch. Also, ein sehr defensiver Kontercharakter. Also, wenn wir hier das mal so so ein bisschen aufteilen, haben wir hier schon viele unterschiedliche Chars gerade bei gehabt. Und jetzt kommt das letzte, unglaublich gute Beispiel. Das ist nämlich Master Mami, der Unsterbliche. Master Mami ist so massiv, dass er durch direkte Treffer nur schwer von der Stelle zu bewegen ist. Also, er hat sozusagen Hyper-Armor. Bedeutet, er bekommt den Schaden trotzdem, wird aber nicht irgendwie zurückgeschlagen oder sonstiges. Das heißt, er frisst den Schaden, ohne, ähm, einen visuellen Effekt davon zu tragen beziehungsweise zu strugglen oder sich zu bewegen oder sonstiges. Also, man hat hier die Möglichkeit, mit seiner Größe und Masse einen Schlag zu tanken und einen Konterangriff zu machen, wo der Gegner dann vielleicht mehr Schaden durch erleidet. Ähm, wenn er sich aber regenerieren möchte, also er kann sich regenerieren, indem er blockt. Ja, wenn Master Mami anfängt zu blocken, regeneriert er auf kurze und lange Zeit Gesundheit. Je länger er blockt, desto mehr Gesundheit regeneriert er. Bedeutet, das hier ist ein unglaublich defensiver Charakter und auch sehr spaßig zu spielen. Dann haben wir noch Min Min. Min Min, ein Airborne-Charakter, nenne ich ihn jetzt auch mal, so wie wir es Rippen gerade hatten. Äh, wenn Min Min in der Luft sprintet, fühlt es in Wirbelkick aus, der Angriffe zurückschlägt. Bedeutet, wenn beide Charakter Air-to-Air sind und es kommt ein Angriff rein und Min Min dasht zur Seite, wird der Arm sozusagen weggeschlagen und bietet Möglichkeiten, einen Konterangriff zu starten. Bedeutet, auch hier ein Airborne-Contact-Charakter, ähm, beziehungsweise, wenn Ninjara ein Ground-Based-Contact-Charakter ist, haben wir Min Min als Airborne-Contact-Charakter. Sehr geil. Und zusätzlich hat sie die Fähigkeit, ihren Arm länger aufzuladen und dieser verwandelt sich dann in einen größeren Drang, also wird dann einfach stärker, wird dann sozusagen eine Stufe, ähm, stärker als das normale Aufladen an sich ist. Äh, funktioniert aber nur beim linken Arm, ja, also die hat dann einen guten Poke-Arm. Dazu kommen wir aber später, das ist schon ein bisschen, da können wir schon einige Taktiken mitmachen. Mechanica, ja, auch ein etwas größerer Charakter. Ähm, Mechanica kann für kurze Zeit springen und sprinten. Damit schwebt sie, also sie kann Airborne bleiben, während zum Beispiel ein Ribbon-Girl öfter halt springen muss, hopp, 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 muss sich dabei bewegt, äh, und Min Min nur zur Seite dashen kann in der Luft, ähm, kann Mechanica für kurze Zeit Airborne bleiben. Sie kann damit, äh, Ground-Fähigkeiten ausweichen und, äh, sich Map-Teile zu Nutzen machen, deswegen ist auch die Map-Auswahl so wichtig. Ähm, und als zweite Fähigkeit, die Metallrüstung bewirkt, dass sie auch durch direkte Treffer nur schwer von der Stelle zu bewegen ist. Also, vergleichbar mit Master Mummy, nur, dass wir hier diesen Airborne-Aspekt haben. Während Master Mummy wieder am Boden ist, ist Mechanica in der Luft. Genauso wie Ninjara, während er am Boden ziemlich gut ist, ist, ähm, Min Min wieder gut in der Luft. Also, es werden alle Sachen so ein bisschen abgedeckt. Als nächstes kommen wir zu Twintel. Twintel, die Grande Dame. Äh, nein, Quatsch. Twintel ist, ähm, sehr spezifisch, ähm, wird auch mittlerweile sehr viel gespielt. Ähm, während Twintel ihre Arme auflebt, kann sie Schläge abbremsen. Bedeutet, sobald sie in der Charge-Position ist, werden reinkommende Angriffe geslowed. Man hat also super viel Zeit, im Vergleich, zu reagieren, auszuweichen, blocken, zu kontern oder sonstiges. Funktioniert natürlich nur, wenn die Schläge aufgeladen sind. Ähm, während sie in der Luft, also, während sie, lasse Twintel während des Sprungs sprinten. Also, wenn sie in der Luft sozusagen am Dashen ist, oder am Sprinten ist, werden ihre Arme aufgeladen. Bedeutet also, du springst von links nach rechts, die Arme vom Gegner kommen rein, werden geslowed, am Boden weihst du aus und konterst dann. Du hast also defensiv mehr Fähigkeiten als offensiv. Du kannst aber genau diese defensive Ability benutzen, um den Gegner halt stark zu attackieren. Man muss also genau aufpassen, wie man Twintel angreift. Wird zum Beispiel ein Poke-Arm gut helfen, um den Slow zu denyen und dann mit einem anderen Angriff, ähm, ja, durchzukommen. Ach, das sind alles so Sachen dazu. Da müsste man ein bisschen mehr drauf eingehen, aber das machen wir natürlich noch. Bite and Bark. Das ist eine sehr interessante Kombination, weil hier spielen zwei Charaktere gleichzeitig, beziehungsweise man spielt ein Charakter und Bark, der kleine Hund, der hilft dir noch, ähm, da Bark alle paar Sekunden von alleine angreift. Und das kann man sich zunutze machen, anhand der Map oder sonstiges, oder um seinen Blockstring, also man greift zum Beispiel mit dem linken Arm an, mit dem rechten Arm, und dann kommt noch Barks Arm, dann ist der linke Arm schon lange wieder da, um nochmal anzugreifen. Man hat also, ähm, die Möglichkeit durch Bark den gegnerischen Angriff, äh, zu verhindern, beziehungsweise zu bremsen oder zu interrupten und hat selber die Möglichkeit durch Barks Angriff seine Angriffe ein bisschen sicherer dastehen zu lassen. Wenn man da einmal das Timing raus hat, wann Bark immer angreift, dann geht man damit sehr gut ab. Man kann auch auf Bark draufspringen, also man kann auf so einen Hund auf den Kopf hüpfen, dieser wehrt dann einen Treffer ab und du springst sozusagen von seinem Kopf nach oben und bist dann sehr weit airborne. Du bist also höher, als der Gegner im Normalfall ist. Und wenn du dann noch eine Map hast, die Höhenunterschiede aufweist, dann hast du schon ein gutes Positioning, um gegebenenfalls auch den größten und langsamen Arm auszuweichen. Dann haben wir noch Kid Cobra, der Tempotyp. Ja, Kid Cobra, ein sehr beliebter Charakter, ähm, obwohl ich persönlich Kid Cobra gar nicht so gut finde, ja, aber das ist halt nur meine Meinung. Und in dem Fall ist das gar nicht so wichtig, denn jeder findet halt hier seinen Charakter, den er am liebsten mag. Kid Cobra ist super schnell, also er hat einen super schnellen Sidestep. Also wenn du gegen langsame, gegen einen Master Mummy, der dann auch noch zwei langsame Arme spielt, ist Kid Cobra der Oberhammer. So, hier, Entschuldigung, ganz kleiner Cut, da sind wir wieder. Kid Cobra, ja, also ein sehr flinker Charakter und gegen langsame Charaktere schon stark im Vorteil. Gibt aber natürlich auch eine Bedingung, denn seinen schnellen Ausfallschritt hat er nur, solange seine Arme aufgeladen sind. Das heißt, man spielt erst defensiv, bis man die aufgeladenen Arme hat und dann hat man die Möglichkeit, in die Offensive zu gehen beziehungsweise im Konterangriff zu landen. Er hat also einen super guten Ausfallschritt, wenn seine Arme aufgeladen sind und genau das ist die Schwäche. Wenn er keine aufgeladenen Arme hat, ist sein Sprint unglaublich langsam. Ich weiß nicht, ob es der langsamste Dash im Spiel ist. Er müsste sich in den Lower 3 aufhalten, solange seine Arme nicht aufgeladen sind. Aber dafür springt er umso schneller. Also, wenn er nicht aufgeladen ist, kommt er schnell airborne. Wenn er aufgeladen ist, kommt er schnell zur Seite. Bedeutet, als Gegner muss man sich Kid Cobra immer so ein bisschen anpassen. Er gibt so ein bisschen den Takt an, wie der Kampf verläuft. Ist ein interessanter Charakter, ist nur einfach nicht meiner. Kann ja so sein. Dann haben wir noch Helix. Das Experiment. Crazy Dude. Crazy Dude. Wenn du den Sprung nicht sofort auslöst, springt Helix zwar nicht, wird aber größer. Das heißt, du kannst dein standardmäßiges Positioning ändern. Und durch diesen, das sieht man auf dem Bild ganz gut, durch diesen Höhenunterschied, hat man damit auch so ein bisschen dieses Umeckenlehnen. Also man hat von vornherein einen größeren Radius zum Angreifen und Ausweichen. Und genau dasselbe kann man natürlich auch wieder machen, um wieder zu schrumpfen. Wenn du den Sprint nicht sofort auslöst, springt Helix zwar nicht, schrumpft aber. Ich glaube, hier ist ein kleiner Übersetzungsfehler. Ich bin mir gerade nicht sicher. Wenn du den Sprung nicht sofort auslöst, springt Helix zwar nicht wieder. Aber größer ist verständlich. Wenn du den Sprint nicht sofort auslöst, springt jetzt... Okay, klar, wenn er einen Sidejump hat zum Beispiel, würde das Sinn machen, oder einen Frontjump. Auf jeden Fall, wenn du den Sprint nicht direkt auslöst, schrumpfst du. Das heißt, du kannst so ein bisschen deine eigene Körpergröße anpassen. Und wenn du im Low Ground bist und dich dann noch schrumpft, kannst du zum Beispiel unter Arm herducken. Oder wie auf dem Bild, der High Ground, er duckt sich und geht trotzdem den Arm noch drunter her. Ziemlich interessant. Also ein sehr... Er kann Rushdown gehen und trotzdem gut in der Verteidigung sein. Also tricky, sehr tricky Helix. Max Brass, neuer Charakter, der neueste Charakter momentan im Spiel. Der Kraft protzt so ein bisschen. Er hat aber so ein bisschen dieselben Fähigkeiten oder hat dieselben Fähigkeiten wie der Springman. Wenn er in Bedrängnis gerät, werden seine Arme ständig aufgeladen. Und wenn er einen Side-Dash macht, also unterbricht Max Brass die Aufladung, ja, also zum Beispiel zur Seite gehen oder sonstiges, dann wird eine Schockwelle ausgelöst, die die gegnerischen Schläge abwehrt. Also diese Fähigkeit hatten wir zwar schon, nur, dass Max Brass auch noch andere Arme hat und ein bisschen an sich ja im Vergleich, wenn wir uns dieses Bild mal anschauen und dann noch den Springman, sehen wir halt hier auf jeden Fall Unterschiede in der Geschwindigkeit und Co. Darauf gehen wir aber später ein. Welcher ist euer Lieblingscharakter nur anhand der Fähigkeiten und gegebenenfalls visuell? Welcher wäre euer Top-Charakter? Wir schauen uns im nächsten Part dann noch ein bisschen die Techniken an. Welche Arme passen zu welchem Charakter? Welche Taktiken auf welcher Map? Welcher Char? Ist in welcher Situation besonders gut? Und was sind so kleine Gimmicks? Das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Ich würde mich sehr über eure Unterstützung freuen für diese kleine Videoreihe und natürlich auch für die Kooperation mit Nintendo. Würde mir sehr viel bedeuten. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Wie gesagt, lasst ein Kommi da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin und ciao. Bis zum nächsten Mal wieder. pH 5 To Moderator . 4 5 6 6 Untertitelung des ZDF, 2020